So, wenn deres Unterhalt jetzt unterbrochen wurde, geht es noch mal weiter, ja, eins und eins wirst auch du noch zusammenzählen können, ja, ich weiß nicht, was hat denn deine Mutter dir eigentlich beigebracht? Und der Siegfried hat mir erzählt, dass du und auch der andere hier, dieser Murat aus Köln, ja, der ja der einen Frau da gedroht hat, er würde sie mit dem Seil am Baum aufhängen, das ist alles, haben wir alles dem Verfassungsschutz gemeldet, Menderes, alles, alles, was ihr sagt, haben wir aufgezeichnet, haben wir weitergeleitet. Die Morddrohung von Murat, ja, deine Beschimpfung hier mit Arisch, wir machen eine Privatklage, Menderes, und du wirst vor allem gerichtgestellt. Ja, da kannst du dich mal dazu äußern, was du uns als Arisch betitelst, hast du einen Knall? Das ist Rassismus in seiner höchsten Form, Menderes. Solche Typen wie dich will ich im Knast sehen, ehrlich, wenn du nicht wahrscheinlich schon im Knast gesessen hast, dann für mich bist du ein Krimineller. Ja, und in der Birne hast du auch nichts. Du hast einen richtigen Dachschaden, du hast einen Vakuum im Kopf, einen richtigen Hohlraum. Ja, scheiße hast du im Kopf, Dünfe, mehr nicht. Und dann hat der Siegfried dir schon mal gesagt, dass wir eure Warteschleifen überhaupt nicht mehr hören. Ja, ich bin bei der Polizei, Junge. Du glaubst ja nicht, was wir für technische Möglichkeiten haben, mein lieber Menderes. Ich will hier nicht zu viel sagen, aber um dich zu einer Gerichtsverhandlung einzuladen, brauchen wir deine Adresse, mein Lieber. Und ich sag mal, ich bin jetzt hier als Privatmann unterwegs, deine Adresse, die haben wir. Ja, du kriegst Post vom Präsidium, vom Abschnitt und vom Gericht und von der Staatsanwalt, mein Lieber. Weil gegen dich, Fotzkopp, haben wir nämlich Strafanzeige gestellt, dass du das nur weißt. Und ich sage, dass du das nur weißt.